Wir wollen heute, deswegen haben wir gesagt, wir holen uns mal zwei schlaue Männer, die uns das mal runterbrechen können, so dass wir, die wir nicht mit diesen Summen natürlich jonglieren können, dass wir das auch mal verstehen, was da passiert. Er hat gerade ein Stichwort genannt und sagte gerade Zinsen, Rendite. Sie bringen regelmäßig dieses interessante Beispiel über den Josef Pfennig. Können Sie uns das noch einmal runterbrechen? Was bedeutet das in der Welt von heute? Das mache ich sehr gerne. Wenn wir diese Problematik verstanden haben, dann haben wir den Kern unseres Finanzsystems, unsere Problematik verstanden und dann können wir uns die Dinge außenrum viel leichter erklären. Dauert vielleicht eine Minute länger, aber ich glaube, es wäre wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Ich kann alles unterschreiben, was Herr Brost eben gesagt hat, passt perfekt. Und der Zins ist genau das große Problem. Alles Geld, was wir im Umlauf haben, ist Schuld. Geld entsteht in unserem System, in dem jemand einen Kredit aufnimmt. Nur so entsteht Geld. Das bedeutet, allem Geld steht ein Kredit gegenüber und umgekehrt. Wenn Amerika 14 Billionen US-Dollar Schulden hat, der Staat, dann hat irgendjemand anders 14 Billionen Guthaben. Wenn Deutschland 42 Milliarden Zinsen jedes Jahr zahlt, bekommt irgendjemand anders 42 Milliarden Zinsen gutgeschrieben. Jetzt könnte man sagen, dann ist doch alles prima, weil das gleicht sich ja aus. Wir haben in Deutschland 2 Billionen Euro Schulden des Staates offiziell und wir haben 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte. So weit, so gut. Könnte man sagen, alles klasse. Läuft. Aber das perfide an unserem System ist, dass sich dieses Geld im Lauf der Jahrzehnte bei ganz wenigen Menschen zusammenballt und die Masse der Menschen davon gar nichts hat. Von diesen 5 Billionen hat die Hälfte der Bundesdeutschen gar nichts. Unter 4 Prozent. Und die reichsten 10 Prozent haben den allergrößten Teil. Aber die Bürger, die Masse der Menschen muss diese Zinsen erwirtschaften, erarbeiten. So wie Herr Broster sagt, in der Fabrik, im Job. Warum? Die eigenen Zinsen, für das eigene Geld, für die eigenen Schulden, die zahlt man sowieso, ist klar. Die des Staates, ja der Staat hat in ihrem Namen ja jede Menge Geld aufgenommen, für das bürgen sie, deshalb sind sie die Bürger. Und als Bürger müssen sie nicht nur bürgen, sie müssen auch diese Zinsen jedes Jahr bezahlen über ihre Steuern. Und die Zinsen des Unternehmens, wenn der Herr Brost Geld aufnimmt, um Fabriken zu bauen, um was zu produzieren, und er muss einen Kredit aufnehmen, ja die Zinsen werden natürlich auf das Produkt umgerechnet. Also beim Einkauf zahlen sie die Zinsen der Industrie mit. Also wir zahlen immer mit? Für den Bürger spielt es gar keine Rolle, wo im System die Zinsen und die Schulden liegen. Er zahlt es immer. Und jetzt wird es spannend. Solange der Bürger weniger Geld für sein eigenes Angelegtes bekommt, als er auf der anderen Seite auf diesen Bereich zahlt, finanziert er das für die wenigen Subbereichen. Und jetzt kann jeder mal durchrechnen, wie viel er im Laufe des Jahres bezahlt. Da kommt eine Menge zusammen. Und das kann man am Anfang problemlos tun, weil dieser Schuldenberg und damit die Zinslast im gesamten System relativ niedrig ist. Hinten raus geht das explosionsartig nach oben, so wie wir es momentan sehen. Das ist ja das Gefühl, das viele Menschen haben. Also einerseits hören wir ständig neue Wachstums-Spitzenmeldungen. Und du hast den Eindruck, Mensch läuft. Und gleichzeitig haben immer mehr Menschen subjektiv das Gefühl, das läuft verkehrt, ich habe immer weniger in der Tasche und es wird immer teurer. Genau das ist der Punkt. Das heißt, die Leute müssen immer mehr von dem, was sie erarbeiten, abgeben für diese Zinsbelastung im gesamten System. Das ganz wenige kassieren, das wird immer schwieriger. Man muss drei Jobs annehmen, mehr arbeiten, der Staat kürzt die Leistungen. Bis an den Punkt, an dem die Bürger, und der Staat steht dafür, nicht mehr können. Und dann kommt es seit Jahrhunderten, alle paar Jahrzehnte, zu einem Kollaps des Systems. Die Bürger gehen auf die Straße wie in Griechenland. Der Staat kann nicht mehr, der Staat muss die Pleite erklären. Und dann kommt es immer zu einer harten Umverteilung dieser Gelder von oben wieder an die Menschen nach unten. Das geht entweder über eine starke Inflation, über eine Währungsreform, über extreme Steuerumverteilungen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir sind wieder am Ende dieses Zyklus angelangt und jetzt kommt dieser Umbruch von oben nach unten. Und es gibt dieses Beispiel, dieses Josefs Pfennig, den Sie zitiert haben, einmal bei uns in der Sendung. Das ist ein extrem eindrucksvolles Beispiel, wenn es darum geht, zu verstehen, was der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist. Also, wenn Josef für Jesus damals in Galiläa einen Eurocent angelegt hätte, vor 2000 Jahren in etwa, nach allem, was wir wissen. Was wäre dann passiert, wenn der sozusagen die Kohle einfach irgendwo vergessen hätte und das Ding hätte sich immer weiter vermehrt? Zins und Zinseszins. Machen wir doch mal die Fragen ins Publikum. Fragen wir doch mal rum. Was würde passieren, wenn der Josef vor 2000 Jahren für sein Sohn und Jesus eine einzige Idee angelegt hat? 5% Zinsen, 2000 Jahre und zwar zinst sich jedes Jahr neu. Komm, Joey, aus. 1,2 Millionen Euro. Wieder 1,2 Millionen, sagt er? Frau Eichner, was bieten Sie? Keine Ahnung. Lassen Sie mal eine Zahl raus. 1 Eurocent. 4 Millionen, sagt Frau Eichner. Sind wir schon nah dran. Nicht 1 Euro oder 1 Eurocent? 1 Cent. 1 Cent. Okay, dann 120.000. 120.000. Herr Prost, was glauben Sie? Also, ich habe ja nur mittlere Reife in der Realschule. Wir haben ja damals noch die Ex-Potential-Rechnung gelernt. Ja, genau. Sehr gut. Und da geht es natürlich richtig ab. Unser Lehrer hat es in Bayern immer so erklärt, da wo der Teufel hingeschissen hat, wird der Haufen automatisch immer größer. Das ist doch was ganz genauer. Der Lehrerrecht. Das ist auch ein bisschen, so stimmt es da eben. Wie lang wie viel ist es? Also, mit dem 120.000 Euro waren wir knapp dran. 195 Millionen Weltkugeln aus purem Gold. Nach den aktuellen Kursen. Die gesamte Erde. 195 Millionen Weltkugeln aus purem Gold. Wäre es gerne wärmer, hätte 88.000 Sonnen. Die Zahlen, ich habe so lange nicht durchgerechnet. Kompamode, je nach Wichselkurs. Moment, aber jetzt die Frage, was passiert, wenn du die Zinsen sozusagen jedes Jahr abhebst? Exakt. Fährst schön in Urlaub nach Judäa. Also, Jesus fährt von Galiläa rüber nach Judäa, See Genezareth oder wohin auch immer. Ja, macht ein bisschen frei und fährt wieder nach Hause. Das ist nämlich die spannende Frage. Weil, obwohl ihr wusstet, es kommt eine große Zahl bei raus. Keiner konnte sich diese Dimension vorstellen. Weil wir sind nicht in der Lage, exponentiell zu denken. Das menschliche Gehirn kann das nicht. Wir sind darauf eingestellt, linear zu denken. Und wenn wir diese lineare Probe machen, was passiert, wenn der jedes Jahr den Zins abhebt? Er lässt den Zins stehen, der verzinst sich immer, aber jedes Jahr hebt er die Zinsen ab und legt sie um das Kopfkissen. Was kommt dann raus? 2000 Jahre später. 2000 Jahre später. Joby? Tipp? Ein einziger Euro. Nur ein Euro. Ein Euro. Nur ein Euro, ja. Der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist ein Euro zu 195 Millionen Weltkugeln aus Gold. Auf 2000 Jahre. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man das Grundproblem unseres Wirtschaftssystems, warum das gar nicht unendlich funktionieren kann. Es muss immer wieder kollabieren oder zumindest ausgeglichen werden.